Das Internet herrscht über das Schulsystem, dann kann der Lieder auch nach Hause gehen und dort in seiner Technik zersinken und sich von der schönen alten Welt ausklingen. Nur noch Handys, Tablets und das Netz, Kommunikation und Bildung existieren nicht mehr, das macht uns leer. Ich wünsche mir eine Schule, die nicht erst Internet verwirft. Bücher, Stifte, alles fort, weg von hier an, im anderen Ort. Gestiftet wird nur noch fürs Internet, unterrichtet nur noch durch den Chat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schule im Jahr 2023, hoffentlich verhält es das Schulsystem. Alle sollen schlau nach Hause gehen. Zu viel Technik, zu viel Internet, Google ist unser Lehrer. Keine Bücher mehr, unsere Taschen ist so leer. Nur noch Tablets, die sind nicht so schwer. Fülle abgeschafft, nur noch tippen und swippen. Borts in unsere Tafeln. Am Ende des Tages wird mir klar, dass ich mit meiner Sprache alleine war. Bis zum nächsten Mal. Okay. Oh, wie hier bin ich? Doe ich meinen, was du bist? Nein, super. Amen. lleera, Kobchenbein. Ich bin mir Monstraringen. Bis zum nächsten Mal.